So Leute, da sind wir wieder mit einer neuen Folge Magica 2. Oh yeah! Ähm, ja. Nachdem vorgestern keine Folge kam, kam gestern die Folge, die vorgestern kommen sollte und heute die Folge, die nicht gestern kommen sollte. Auch heute die Folge, die wir heute aufnehmen. Ne, 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 die wir gestern aufgenommen haben. Genau. Musik ist so laut. Ne, ich fasse jetzt nichts mehr an hier. Ja, sollte irgendetwas passieren, dass in den nächsten Tagen keine Folge kommt, nur mal so vorab, dann liegt das daran, dass wir außer Landes sind und da irgendwas bei YouTube nicht geklappt hat. Wir werden natürlich versuchen, dass alles nicht dazu kommt. So, wir setzen unser Abenteuer fort und sollten gleich wieder dort ankommen, wo wir das letzte Mal gestorben sind. Ja. Ja, okay. Ist das vor dem Ding? Ja, das ist vor dem Ding. Es rennt uns keine Viecher mehr hinterher. Ja, Moment. Warte mal. Ah, das kann ich so machen. So. So. Bitte keine Blitze, wenn ich in der Nähe stehe. Ich werde Blitzschild dahinter nicht stellen. Oder Feuerwichter. Oh, ich bin tot. Okay, es kommen doch noch Leute hinterher. Okay, wir müssen uns alles wieder anwenden. So. Okay, das ist aktiviert. Leben ist schon aktiviert. Da unten ist Blitz, genau. Ich werde leben auf dich selbst, Karsten. Genau. Karsten, du leben auf dich selbst und belebe mich bei Gelegenheit mal wieder. Oh, du bist tot. Ich bin sicher nicht nur auf dem Bildschirm. Du warst nicht getroffen. Ich wollte dich auch gerade aktivieren. Wir können doch unzauber wirken. Sonst ist es witzig, du musst es eigentlich gehen. Was ist das hier? Wasser. Nee, Kälte. Okay. Danke. So. Hast du die Brüder gebracht? Hab ich? Verdammt. Wo ist unser lustiges Wesen? Da hinten. Wir haben alle aktiviert, oder? Ja. Wir müssen jetzt die ganzen Leute hier töten. Verdammt. Da haben zu viele Leute. Achso, nee. Das war dein Blitz-Mild anscheinend. Mach dir mal ein Blitz-Shield. Das ist wahrscheinlich die beste Idee des Tages. Geh mal bitte nicht drauf. Okay, ich musste dich mal eben retten, weil... Eigentlich wollte ich mich selber heilen, aber ich dachte... Kann ich noch nicht wieder reden, jetzt. Returner. Okay, der ist tot. Das kommt noch keiner mehr nach. Okay, wir haben es geschafft. Können wir jetzt weitergehen? Oh, diese coolen... Oh, jetzt wollte... Nein, 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 nein. Kann ich mir das Schwert mitnehmen? Verdammt. Wenn ich ein Lebensschild habe, nehme ich vom Leben schaden. Wie kriege ich mein Lebensschild jetzt ganz schnell weg? Indem ich mir... Steinschild gebe. Nein, ich wollte mir... Äh. Oder sowas hier einfach gebe. Ja, super. Well, fuck you. Können wir jetzt weitergehen? Oh, es funktioniert. Danke. Wenn wir in der Erde lassen sich geschotze, physische Rüstung und Erdbeben wirken. So. Ah, da ist dieser Waldtyp wieder. Quatschen. Eichhörnchen und Koala-Bären sind genetisch identisch. Boah, das haben nur schlechtere Arbeits- und Ernährungsgewohnheiten. Okay, erstens mal... Den haben wir das letzte Mal getötet. Wie kann der jetzt hier sein? Wenn ihr euch in Weiß einem Fern gegenübersteht, hört euch tot, da spielt Banjo. Der Klang eines Banjos und auch der eines Kazoos macht sie schwermütig, manchmal sogar suizidal. Oh, sehr schön. Eines Banjos oder eines Kazoos. Also, er hat nur zwei Sprüche, oder? Äh, keine Ahnung. Frag mal, wie viele Sprüche er noch hat. Aber ich hab noch nicht meine Flinte. Ich versteck mich lieber im Wald. Los mit dem Quatsch. Komm mit mir mit. Komm mit mir. Leise! Ich lebe, du Tod. Au, wacher. Au, wacher. Moment, war das gerade mein Blitz, der noch nachgewirkt hat, oder hast du auch einen Blitz? Ah, du hast auch einen Blitz. Wir sind schon wieder bei draufgegangen. Ja, aber wir haben unseren lustigen Geist gehabt. Hier Waffen rum, Narrenstab, Rückenstecher, das ist deine Waffe, glaube ich, ne? Genau. Wo kommen sie? Da. Warte mal! Let me! Bam! Ah, der rennt weg, der Krippel. Okay, dann halt so hier. Das war's du! Ja. Und? Ja. Ups. Was? Ich hab die Klingel hier nachher. Das hat die Klingel getötet, oder? Ja. Da hinten. Ähm. Ist der gut da hinten? Ja. knut geht's gut jetzt nicht mehr die hüpfen hin und her wenn ich mit den pfeilen auf die ziele ist voll gemein das ist ein scheißelbefortzwerg Das sind nur die Waves, da hinten musst du, wir müssen dahinter und das Tor wahrscheinlich wieder runter lassen. Da. Hey, was war'n das? Da immer wieder Strom versorgen, dann geht das Ding ein bisschen auf. Du bist auch tot? Ja, ich war tot. Und noch einmal. Wir müssen dort wahrscheinlich wieder nur das Tor aufmachen. Das Element ist brisant und schädlich für den Bild. Was? Gecko hat ein Bild geschickt? Ja, von irgendeinem Programmierzeug. Was? Was auch immer. Ach, keine Ahnung. Ich will nochmal anquatschen. Moment. Verdammt, ich wollte eigentlich schnell genug muten, aber da war ich nicht schnell genug. Ich hab' ihn geimpft. Ich wollte ihn ja wiederbeleben, aber. Ähm, was machen wir jetzt? Rennen wir einfach durch? Durchrennen und da hinten sofort Blitze. Also ich habe erstmal Blitze. Du kümmert dich um die Typen. Oh, ich hab' mich mal geflündet. Und Wecker. Äh, Picker. Rennen noch nicht los. Rennen noch nicht los, ok? Noch nicht los, ok? Noch nicht los, ok? Das hat erstaunlich wenig gebraucht. Ok. Komm mal bitte mit hier durch, Stückchen. Ok, ich bin tot, aber dieses Ding ist ein Stückchen in Bewegung gesetzt. Einmal wiederbeleben wir Ernest. Einmal wiederbeleben wir Ernest. Einmal wiederbeleben wir Ernest. Komm, krieg ich Schaden im Blitzeug. Komm, krieg ich Schaden im Blitzeug. Oh, deine Blitze und ihre Range. Ja, aber wenn du die ins Wasser lockst, dann ist nass was? Oh, ich bin nass. Wenn du das mal dahinten kannst du nicht nass werden. Ja, aber ich kann sterben. Relativ gut sogar. Weil ich immer noch nicht mit dieser scheiß touch in point steuerung. Irgendwie hasse ich dir. Ach, da bin ich. Ich hab grad auf dich geachtet. Sie musste ich gerade sterben, aber... Warte mal hier. Achso. Warte mal hier. Sie wohl sind sie ein bisschen bedrohend in so potenziell hübsche Stadt. Sehr schön. Was tatsächlich? Hey jeder, lass das bleiben. Oh, verdammt. Warum hab ich nur Angst? Vielleicht, weil ich tot bin. Whoever wird der Bauwerk aufgewaltt. Ich hab jetzt wieder heilchen. Dann bin ich doch getrotten. Dieser Scheiß Notteleport bringt nichts, weil er mich immer in die falsche Richtung... Maut. Keine Ahnung, aber dagegen wird es schon nicht. Er hat Blitze als Schild? Ich habe noch keine Blitze auf ihn gewirkt. Verdammt. Warum kann man den nicht einfrieren, den Aros? Ich habe nicht darauf geachtet, dass du tot bist. Ja, ich bin gerade eben gestorben. So spätan. Und noch einmal. Hoffentlich standen wir da wieder. Ja, denke ich mal. Ja, das heißt, wir haben ein bisschen weniger... Ähm... Soll ich triggern gehen? Ich weiß halt nicht, was passiert, wenn wir jetzt triggern. Genau. Das ist halt auch... Du kannst keine Elemente mehr mit reinnehmen. Gibt es ohne 100% Hübsch statt? Was? Oder doch? Gucken. Nein. Was? Moment, warum... Ach, der stand zu nah bei mir. Meine Steine haben mich getötet. Hinten... Hinten die... Die Lockings doch zu den Fässern hinter... Ähm... Ähm... Ich bin fast tot. Das war gut. Aber er ist fast tot. Ja, ich habe ihn gerade voll mit einem Stein getroffen. Wir haben ihn. Was? Warum... Warum springen die Steine mal zurück auf mich? Ist tot? Jetzt ja. Äh... Du sollst mich nicht ständig töten, Junge. Was? Ich wollte mich gerade wiederbeleben. Mensch. Huch! Du warst übrigens tot. Komm, hau mal irgendwas Starkes in den Weg an. Naja, fast. Du wolltest die Rind um nass machen. Ich habe sie mal... Okay, das war dein Blitz, der mich mal wieder getötet hat. Ich weiß gar nicht. Meine Blitze schaffen es irgendwie... Meine Blitze schaffen es gar nicht, dich zu töten. Was? Ich schaffe mir auch nie, mich rechtzeitig Leben auf mich selbst zu casten. Kein Problem, ich schaffe es jetzt wieder zu leben. Moment. Was? Moment. Was? Oh, wie das nicht weit geflogen ist. Komm, 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 sei aufgeladen. Und... Bam! Sehr schön. Das ist eigentlich ein Kissen hier. So kann man sie nicht zerstören. Das ist Wasser. Das ist Feuer daheim. Das war tot. Okay. Na weiter. Warte mal. Ich habe was gefunden. Warte mal. Bleib mal stehen. Zack. Zwergenzauberstab. Solide Wahl für angehenden Zwergenpriester. Außerdem sieht er aus wie ein köstliches Zimtbrötchen. Beschleunigt die Fokus. Kannst du die nochmal droppen? Ja. Beschleunigt die Fokus-Regeneration. Ey. So, dann lieb ich das Zimtbrötchen. Ey. Das war die Aussprache. Willst du die mitnehmen? Ne, kannst du. Du kannst das Zimtbrötchen haben. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ich überlege gerade. Wir kommen gleich in nächstes Gebiet. Wir werden hier mal einfach die Folge beenden. Ja. Und dann würde ich sagen. Nachdem wir dreimal gestorben sind. Und Wadra die Häuser in Brand setzt oder Zelte. Sehen wir uns in der nächsten Folge von Magica 2 wieder. Bis dahin. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.